Aktuell kein Ton von der Bahn aus Düsseldorf, aktuell kein Ton aus Düsseldorf. Wie gesagt, Teilnehmer sind unterwegs hier in Düsseldorf und wir haben leider keinen Ton von der Bahn. Wir kommen jetzt hier gleich bereits in die Zielgerade an der Spitze. Das ist Valero. Valero führt hier dahinter Neistanon an der Außenseite, dann Neatico außen. Neatico außen, der greift jetzt an. Wie gesagt, Valero an der Innenseite, der ist vorne, der löst sich jetzt etwas. Neatico an der Außenseite und dann Neistanon. Diese drei sind vorne und Valero ist jetzt geschluckt von Neatico. Neatico geht nach vorne, Neistanon dahinter mit Valero im Kampf. Neatico ist vorne, der bleibt auch vorne und dann was eng zwischen Neistanon und Valero an der Innenseite. Geist